Hallo ihr Nacktschnecken! Steck ne Banane in dein Ohr Was ist das für ein Bananenkorb? Du wirst niemals glücklich so Probier's mal mit Humor Ich habe heute nach langer Zeit Mal wieder ein Thema dabei Nämlich ein sehr spannendes und kreatives Nämlich geht es um den Algorithmus Ich wollte mich nur mal wieder darüber auskotzen Weil ich bin absolut Nicht geeignet für diese Plattform Erst muss man lange Videos machen Und man sollte ja aktiv Videos bringen Und das ist mein scheiss Problem Meine fucking Watchtime ist am Arsch Weil meine Videos 3-4 Minuten lang sind Höchstens Dazu kommt noch dass ich nicht gerade der Aktivste Auf dieser Plattform bin Und dass ich einfach keine Chance habe Mit meinen 2 Minuten Videos gegen jemanden Der Roblox spielt Ich kann mich auch beim Zocken aufnehmen Eigentlich kann es mir ja egal sein Weil ich kein Geld damit verdiene aber Aber einfach sonst so! Ja ok Genug ausgekotzt Adios Armigos waren Werden jenen in Dirk in Dirk in Dirk in Dirk in Dirk Bis zum nächsten Mal.